Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns auf Skyly Fans & Co. Ich begrüße euch, ich bin Sully. Ja, wir sind immer noch hier und versuchen einen passenden Weg zu finden, wohin auch immer. Warte mal, ich will mal was gucken. Was sind denn eigentlich die Träume? Ach, hallo, ihr tanzt? Was macht ihr hier? Warum tanzt ihr hier? Oh, okay. Was kommt er mit dir? So. Mal sehen. Nein. Oh je, mein ne. Ah, halt. Da auch nicht. Okay, da lang. Okay, also war richtig. Äh, okay. Ach du meine Güte. Na, dann kommt man ja hier. Kommt man ja. So. Zufrieden? Nein, noch nicht zufrieden, wie es aussieht. So. Sag mal, hallo. Du schmilzt? Ach, du Ärmste. So. So, weg hier. Komm, mach die Fliege hier. So, tschüss. Oh, shit. Guck mal. Geht's alle weg? Ah, die passt danach aus. Sehr schön. Ich bin sicher, die Lösung wird sich schon ergeben. Oh, wenn du meinst. So. Ist das schon mal weg? Ist das auch? Naja. Hier drüben ist auch noch... Ist überall noch was. So. Ist erledigt. Ist das noch was? Ich will den regellosen, äh, vollkriegen. Komm. Äh, ja. Die hab ich auch gerade gut gesehen. Was ist mit dir? Äh, okay. Ein Lichtlein, ein Lichtlein, ein Lichtlein brennt. Praktisch bloß wieso. Hm. Komm nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Nee, das hat anscheinend nichts zu sagen. Aber hier sind auch noch mal welche. Halt. Den will ich auch noch haben. Gib mir den. So. Jetzt. Anscheinend muss ich jetzt hier weiter. Ah. Kommt her. Kommt her. So. So. Naja, da fliegt noch einer. Der wollte nicht... So wie ich wollte. Wieso alles? So. Ah, hier ist er schon wieder. Okay. Ähm. Was seid ihr denn? Ach, das Farbenspiel. Ah, alles klar. Ich hab verstanden. Warte mal. Ich nehm mal kurz das Auto hier runter. So. Naja, ich wollte so und so und gucken, ob ich hier außen rum kann. So. Okay. Ah, 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 ah. Oh, oh. Hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. So. Oh. Ja, ja. Nee, nee. Die wollte ich so noch haben. So. Und euch will ich auch haben. So. Sehr gut. Moment. Hoch mit dir. Wo meinst du? Da. Da. Nee, dahinter ist nichts. Das ist erstmal groß und klein Spiel. Ah, das müssen wir als erstes machen. Okay. So. Hm. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ähm. Erst mal dann Knöpfchen drücken. Ja, woanders kann ich erstmal nicht. Also muss Superman erstmal groß werden. So. Nein. So. So. Und dann das. Okay. Wer wird klein? Ich nehme die Hexe als Kleid. So. Okay. Verlasse meine Lieblingssendung. Wo ist meine Hose? Okay. Wo deine Hose ist, weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht ehrlich gesagt wissen. So. Knöpfchen drücken. Das geht auch. Also heißt es, ich muss erstmal hier weiter. So. Und noch ein Knöpfchen drücken, damit das Blut da rauskommt. Ha. Sag ich doch. So. Ja. Okay. Dann bleib du da. Nein. Ich brauche Superman. Und rein da. Dann werd du nochmal ganz kurz klein. So. Und wieder. Groß. Danke. Dann... Ab zu... zur Hexe. Ey. Du sitzt hoch. Und nicht wieder runterfallen. Ja. Hallo? Was soll das? Dann springen wir eben... So. Hoch mit dir. Und das Gelbe. Sehr schön. Dann kommen wir raus. Superman, komm. Du auch? Sehr schön. Ähm. Dann... Mach mal. Das. Okay. Oben ist... Müsste lila sein, wenn mich nicht eistäuscht. Das heißt... Äh, warte mal, Morsi. Nee, das sieht aber eher aus wie lila, nicht wie rot. Und... Äh. Dann ist das lila. Oh, okay. Ähm. Ah, nein. Ich wollte nicht gelb werden. Obwohl, müsste ich trotzdem. Ich muss ja gelb werden. Äh, warte mal. Dann, äh... Wen nehmen wir als rot? Nehmen wir die Hexe als rot? So. Legolas als blau. So. Okay. Dann kommt die Hexe hier drauf. Und Legolas dann da drauf. Jawoll. Ha. Sehr schön. Ich hab's geschafft. Ähm. Okay. 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 Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Äh. Alles klar. Jetzt nehmen wir das. Äh. Ja. Warte mal. Wo ist ein Legolas? Blau? Okay. Okay. Gelb. Das Problem ist, ich seh jetzt aber bei rot nicht. Ja. Das wollte ich nicht. Jetzt muss ich erst mal an welchem warten. Warte mal. Gucken wir mal Superman. So. Das mal kurz abschießen. Ah. Nein. Ah. Was anders. Setz dich drauf. So. Machen wir es hinterher so. Geht doch auch. Aber wir sind noch nicht fertig und müssen noch suchen. Da ist noch ein Suchstein. Aber das... So, der vierte noch. Hört sich bloß wo lang. Hier ist es definitiv rot. Ja. Da. Okay. Dann gib her. Gib, 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 gib. Äh, okay. Ja, geht ein bisschen länger. So. Warte mal, ich will aber mal gucken, ob ich hier nicht doch noch irgendwas vergessen habe. Da liegen noch Stutz. Ist das fies. Okay, da komme ich eh nicht ran. Na gut. So. Kaputt machen. Na, hopp. Äh, ich brauche ein Fahrzeug. Ich brauche ein Fahrzeug. Ich brauche ein Fahrzeug. Okay. Okay. Äh, da ist... Hm. Wie ich da immer noch an Minikid kann, komme, weiß ich nicht. Ich... Okay. So. Tja. Nein, nein, nicht runter. Nein. Ach. Mann. Wo bist du denn? Da. Na, komm. So. Ein wir. Vorsichtig drehen. Nein. Nein. Mann, no. Das ist doch wies. Du sollst... Du siehst aber verkehrt rum. Oh, treh dich doch. So. So. Okay. Ich hab's geschafft. Ich bin rübergekommen. Ist das nicht wunderbar? Ja. 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 So. Da liegt noch einer. Ah. Nee. Liegt noch einer. Okay. Ja. So. Okay. Es ist blöd, wenn man keinen Führerschein hat, ne? Hm. Ich weiß. Ja. Ja. Äh. Faktiklos. Wo? Ah. Aha. Noch ist grün. Noch ist grün. Ist gut. Ich glaub, ich hab's gefunden. So. Äh. Was kommt jetzt? Eine Hilfe. Sehr schön. Für auch ein Muniquid haben. Ich hab bis jetzt nur zwei. Versteh ich nicht. Wo, wo, wo sind die ganzen Muniquids? Ich hab nur zwei bis jetzt. So. Okay. Äh. Alles klar. Wo bin ich jetzt? Ja. 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 Ich weiß. So. Ich brauch mal jetzt da. Jawohl. Jawohl. Haha. Ich bin gut. Supi. So. Okay. Nee, jetzt. Nein. auch nicht. Ach du meine Güte. Ah. Hallo. Stell dich hin. Also richtig. Richtig. Äh. Okay. Das ist Superman. War sogar richtig. Oh, okay. Aber man weiß hier nie so recht wohl lang. Äh, okay. Oh, ich habe nie meine Güte. Pff, meine Fresse nie. Achtung, oh, okay. Dalex. Kommt her. Kommt her. Du willst nicht alles haben. Ja, ich weiß. Oh, ich habe nichts mehr. Da ist noch was. Mist. Ich hatte mal fünf. Aber naja, okay. Ich habe trotzdem eine Menge, einiges gesammelt, sagen wir mal, lieber so. Äh. Äh, wo sind meine ganzen Leute her? Hallo? Das ist aber ein Mega-Pack hier jetzt, ne? Komm her. Komm her, du kleiner Pfeckling. So. Wo seid ihr denn? Hallo? Wo sind die anderen? Hm. Ich höre sie nur stöhnen. Das war es aber auch wieder. So, okay. Wo ist Eisenbad? Und eure Freunde natürlich. Keine Ahnung. Es ist leer. So wie die Minen von Moria, als die Gefährten sie erreichten. Seht euch vor, tue ich eh immer. Nein, nein, nein. Die sind nicht für euch. Nein, die sind für euch. Äh, alles klar. Ihr kommt. Habt ihr geglaubt, ihr könntet in meinen Palassen spazieren? Ja, ich muss... Hallo? Äh, was soll das? Ähm, ja. Ich muss mal das Auto hier runternehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also, da sind... Also, ich brauche tatsächlich will, das Auto. So, eine Freche. Ich muss erst mal... Ey! Stinkstiefel! Oh, das kann doch nicht wahr sein jetzt, ne? Ähm, hallo? Wer hat mich... Das ist sehr witzig. Das sagst du mir jetzt, ja? Ähm... Nein! Hau drauf! So. Ähm... Gib mir mal Wasser. Ich muss ihn erst mal hier ein bisschen beruhigen. So, danke. Ja, jetzt will ich erst mal... Nein! Rein da! Ja, soll aber markiert sein. So, und jetzt zieh. Zieh, zieh. Oh, ich hab doch kreisgedrückt. Wo ist denn jetzt mein Auto? Da. Gute Frage, wer da schießt. Ich hab keine Ahnung, wer da geschossen hat. So. Lass mich doch jetzt in Ruhe hier. Könnt euch nicht verstecken. Was jetzt? So. Nächste, komm mal ganz kurz. So. 1 von 4. Sehr schön. Ja, sehr witzig. Wenn ich ständig immer... Mann, das... Ist er hier. Was soll das? Wie ist das? Er schießt denn ständig auf mich. Ja. So. Geh weg. Hier ist irgendwas. Oh, cool. Ich hab lila. Ich hab lila bekommen. Äh, da ist Silber. Bist er kaputt? Bist kaputt. Oh Gott. Ja, das ist jetzt gar nichts. Verdammt. Verdammt. Oh, komm hier raus. Oh Mann, ich werd hier verrückt. Ich werd hier wieder vertorten. Ja. So. Wasser, Wasser. So, komm hier. Ich komm hier. Hallo? Jetzt. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich will jetzt... Ach, Mann. Ja, mach ich. Ich drück einmal nur kurz Kreis. So. Kreis gedrückt. Jetzt. So. Mach auf. Ich hab gar nichts gedrückt. So. Und jetzt zieh, 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 zieh. Zieh, 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 zieh. Oh, ich werd beschossen deswegen. Wer schießt hier auf mich? Wer ist das? Nein, 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 nein. Ich will den nicht. Ich will den, der mich beschießt. Gib ihn da. Ja. Lass mich jetzt in Ruhe, ja? Danke. Ja, ich weiß. Ich will das jetzt aber erst mal erledigt haben, ja. Oh, Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt hier. Ich will... Ich will das Minikit jetzt haben. Jetzt lass mich mal das doch erledigen. Arschgerichter hier. Aber toll, jetzt ist mein Auto kaputt. So. Nein. Steig ein. So. Und jetzt... Zieh, zieh, zieh. Los, los, los. Mach, 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 mach. Mir. So. Ah, da muss ich mit Hexe rein. Äh. Cyberware, Herr unser geladen, feindliche... Oh. Meine Güte. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe. Ja, Hexe. Schön erstmal alles kaputt machen hier. Okay. Alles klar. So, ich muss mich jetzt erstmal erholen. Das heißt erstmal... Das ist der Part Ende. Und wir sehen uns das nächste Mal. Oh. Ist das aufregend hier. Alles klar. Tschüss sagt eure Solli. Bye.